Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 50. Leute, wir haben die 50. Folge jetzt, schon heftig. Ich bin gespannt, wie viele Folgen es noch gibt, bis wir das Ende sehen, oder besser gesagt, bis ich die Platin-Trophäe erreicht habe. Ich glaube, das Platin wird es schon noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich habe jetzt so, weiß ich nicht, 60% Fortschritt oder so in dem Spiel. Ich weiß es nicht genau, aber so ungefähr müsste es hinkommen. Genau, in der letzten Folge haben wir den Leuchtturm hier erobert und jetzt, wie versprochen, schauen wir jetzt mal nach Izumi. Ich weiß aber nicht, ob wir das schon machen können. Das müssen wir uns jetzt anschauen, weil ich glaube, es hieß, dass dort der Kahn ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es erst später kommt. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder Abo da. Alles gern gesehen. So, machen wir das Split-Bug-Gerät an und dann würde ich sagen, hoppeln wir doch mal da rüber. Wenn nicht wieder irgendwas anderes dazwischen kommt. Und als nächstes würde ich dann gerne mal unseren Bodenwelt ein bisschen aufwerten. Hier sind jetzt sicher noch keine Gegner. Okay, wer folgt ein Ort? Mongolisches Gebiet. Aber ich sage mir jetzt nicht, dass zu viele Gegner hier wären. Vor allem sieht es irgendwie ziemlich leer aus. Da sieht es wie eine Falle ist oder so. Weil brennt hier alles. Für eine Luke. Gibt es aber auch nichts zu looten. Ich denke mal, dass es dann erst da vorne kommen wird. Ich denke mal, erst ab hier oben. Aber das Tor ist zu auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da reinkommen. Da oben über die Felsen müsste es vielleicht funktionieren. Ah, okay. Überwältigende Gegnerpräsenz. Das heißt, wir können hier noch nicht rein. Das funktioniert dann leider nicht. Okay. Dann kommt es erst später dann mit der Hauptstory. Dann gehen wir hier oben weiter. Machen wir da oben das kleine Lager dann. Oder was das ist. Ich weiß nicht, was dann kommt, aber... Schade. Das gehört auch dazu, gell? Ja. Okay. Dann gehen wir hier oben hoch. Wenn man da nämlich rangeht, Leute, dann kriegt man irgendwie... Da fliegen 300 Pfeile auf einmal auf einen zu. Und dann bist du so... So one hit. Das war sofort tot dann. Aber ist ja okay. Wenn wir das wissen, ist es okay. Machen wir hier oben weiter. Guck der denn hin. Dann haben wir in die falsche Richtung geguckt. Mein guter... Wir müssen unbedingt schauen, ob wir die Taschen nicht erweitern können. Hä? Was ist hier los? Irgendwo stimmt hier nicht. Santers Birkgehöft. Wärmt euch heute Nacht, mein Herr. Okay, kann man hier ein bisschen was lupen? Ich glaube, hier wird es auch eine Art Quest noch geben. Schön, euch zu sehen. Okay. Okay. Werkpass 240 Meter. Okay. Oh, 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 oh. Okay, wo ist Schwein Nummer 3? Okay, wo ist Schwein Nummer 3? Ich weiß nicht, ob ich von hier oben raus springen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich bin Nummer 3. Okay. Okay. Stop. Easy. Oh, nur noch ein paar. 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 Oh. Oh. Vielleicht muss ich das mit Lagerfeuer irgendwie machen. Vor langer Zeit fiel Feuer vom Himmel. Direkt auf den Yoga-Kuhberg. Ein einziger Krieger wagte den gefährlichen Aufstieg und fand einen riesigen Fels in Flammen gehüllt. Er hielt sein Schwert in das Feuer. Flammen zündeten um den Stahl. Doch er selbst blieb unversehrt. Er erschuf einen neuen Kampfstil, den er den Weg der Flamme nannte. Der Krieger nahm Stücke des Felsens mit nach Westen. Nach China. Dort suchte er bei Mönchen und Gelehrten Antworten über seine Herkunft. Nach monatelangen Reisen und Forschungen fiel erneut Feuer vom Himmel. Er führte die Menschen hin, um ihnen die Angst davor zu nehmen. Denn er hielt den Weg der Flamme für ein Geschenk des Himmels. Und er teilte die Geheimnisse mit allen, die lernbegierig waren. Über die Generationen weitergegeben ist der Weg der Flamme nach Tsushima zurückgekehrt. Die Mongolen setzen ihn gegen unser Volk ein. Doch angeblich brennt das Feuer noch immer auf dem Yoga-Kuhberg und wartet auf den, der den Aufstieg überlebt. Die unsterbliche Flamme. Und das ist unser Schlüssel, schätze ich mal, dass wir in der kalten Gegend überleben können. Erklemmen den Yuga-Berg. Äh, Yugaku-Berg. Okay, das machen wir doch jetzt mal. Wenn wir den überhaupt erklimmen können, ich weiß es nicht. Ich weiß es mal, wenn wir vom Feuer zu Feuer gehen, dann wird es bestimmt auch funktionieren. Okay. So kalt. Wir müssen irgendwie hoch. Ich muss mich aufwärmen. Ja, aber wie? Ich brauche bald ein Feuer. Oh, ich bin vorbei. Ich sehe heute auch gar nichts. So kalt. Na, ich höre mir nochmal schnell auf. So kalt. Ich muss mich aufwärmen. Ich sehe halt hier nichts. Ich brauche bald ein Feuer. Okay, das wird interessant, Leute. Hier oben, da oben ist ein Feuer. So kalt. So kalt. So kalt. Ich brauche Wärme. Ich brauche Wärme. Okay, gehen wir los. Es wird kälter. Ich muss mich aufwärmen. Zu. Halt. Ich schaffe es nicht. Kommt. Ruht euch am Feuer aus, mein Herr. Interessant, interessant. Danke. Geht es euch gut? Mein Stolz schmerzt mehr als mein Körper. Der Berg ist erwarmungslos. Was hofft ihr auf dem Gipfel zu finden? Antworten. Macht. Irgendetwas. Ein Flammenschwert wäre an solch einem Ort von Nutzen. Das wäre es. Ihr besiegt den Berg bestimmt. Viel Glück, mein Herr. Okay, man muss doch den Weg wissen, ne? Gehen wir hier weiter. Es wird kälter. Ich brauche Wärme. Bald. Ja, ich bin dabei. Ich brauche bald ein Feuer. Ich sehe nichts. Nein, das wird nichts. Jetzt war es das. Ich gehe einfach mal weiter, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss, Leute. Ich gehe jetzt nicht weiter. Okay. Es wird kälter. Es wird kälter. Ich muss mich aufwärmen. Scheiße. Komm mir doch nirgends rüber. Die Kälte wird bald zu viel. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Außer, dass da ein Spur mit dir zu können. Ich bin da. Ich bin da. Aber hier ist doch auch nichts. Die kommen doch hier gar nicht rüber. Ich brauche Wärme. Nein. Okay, hier komme ich hoch. Die Kälte wird bald zu viel. Noch ein Lagerfeuer. Jetzt geh ich. Schnell Feuer machen. Mir war noch nie so kalt. Okay, da oben scheint auch was mit Lagerfeuer zu sein. So kalt. Ich muss mich aufwärmen. Das Lagerfeuer ist meine einzige Hoffnung. Bitte brenn doch. Ich brauche bald ein Feuer. Puh. Mir war noch nie so kalt. Ja, das weiß ich doch jetzt schon mit. Egal. Noch ein Totengedicht. So nah am Gipfel. So, wir müssen schauen, wie sie lang geht. So kalt. Oh, ich springe hier hoch, ha? Oh, ich springe hier aufwärmen. Die Kälte wird bald zu viel. So schön. Sie hält gar nix. Super. Weiß ich, wo sie lang geht. Ich seh, das ist scheiß, weil man hier nix sieht. Da hätte man vielleicht... Naja. Okay, nochmal. Irgendwo muss ich hier lang gehen. Es wird kälter. Ich muss mich aufwärmen. Ich brauche bald ein Feuer. Wie geht's hoch? Hier hat jemand ein Dojo gebaut. Willkommen, mein Herr. Nennt mich Betomaru. Ach, der Schwede. Jin Sakai. Ich hatte hier oben niemanden erwartet. Ich fragte mich, ob irgendjemand den Aufstieg schafft. Ihr sucht den Weg der Flamme. Invasoren aus dem Westen bedrohen Tsushima mit Flammenschwertern. Sie bringen das Geschenk von meinem Vorfahren mit zurück. Lehrt mich, Betomaru. Ein Samurai wird den Mongolen die wahre Macht eures Weges zeigen. Nehmt euch einen Stein. Und wir kämpfen gegeneinander. Nur so könnt ihr den Weg der Flamme erlernen. Okay. Ich hab fast gar nichts mehr. Ich muss gegen Betomaru kämpfen und seine Technik lernen. Ich kann ja bloß da hinten losgehen jetzt. Der Weg der Flamme ist erbarmungslos. Und nun, schlagt euer Schwert gegen euren Stein. Auf ein Neues. Lasst euch vom Weg der Flamme führen. Unser Kampf endet hier, mein Herr. Okay. Gut. Der Weg der Flamme ist nicht für spielerische Kämpfe. Ich werde ihn gegen Tsushima's Feinde einsetzen. Ihr habt den Weg der Flamme erlernt. Vergesst nie, dass er ein Geschenk ist, das vom Himmel fiel, Fürst Sakai. Halte Erzweige drückt und wechsle deine Geistwaffe. Ah, okay. Verstehe. Ne, ich will doch nicht runterstecken. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken hier. Kann ich noch etwas für euch tun, Fürst Sakai? Erstmal nicht. Bin muss neugierig, Mädchen. Soll ich dein Haus ein bisschen angucken? Okay, Brennöl ist voll. Vorräte. Leder. Dann können wir reden miteinander. Vielleicht hast du ja doch noch irgendeine Quest oder so. Dieser Ort ist anders als erwartet. Meine Vorfahren übten hier den Weg der Flamme. Weit ab von weltlicher Zerstreuung. Und ihr selbst? Ich teile meine Lehren mit denen, die sich als würdig erweisen. Es könnten weitere kommen, die den Weg der Flamme brauchen. Okay. Machen wir den Stengel mal runter. Kehre zum Musikanten zurück. Ihr seid wohlbehalten zurück. Der Aufstieg war tückisch. Doch ich habe den Weg der Flamme erlernt. Er ist unbändig und mächtig, mein Herr. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Der Weg der Flamme wird nur die Mongolen vernichten. Super. Geschichtenerzähler. Trophäe erhalten. Der Weg der Flamme. Der Weg der Flamme. Oh. Das sieht auch cool aus. Na ja das machen wir nicht. Das sieht doof aus sonst. Obwohl das eigentlich auch blöd aussieht. So jetzt schauen wir mal. jetzt müssten wir ja eigentlich hier hochkommen er würde interessieren ob es jetzt immer noch so kalt wird dann oder ob wir generell den weg gelernt haben ob uns jetzt hier nicht mehr friert aber es sieht eigentlich so aus gell es ist pesat es ist es ist es ist es ist es ist es 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 und es ist es gibt es aber auch keinen anderen weg oder Wir haben ein Fragezeichen, deswegen. Säule der Ehre? Darf wir uns schreien? Hier hängt er schon wieder ganz woanders hin, wo er hier hin soll. Hier hängt er schon wieder. Ah, ein Fuxi. Genau, haben wir... Hat uns das schon markiert auf der Karte? Hey, das dauert immer ewig. Nee, hat uns noch nicht markiert. Er ist da hinten. Ja komm, den können wir später mitnehmen. Oder ich mach mal das offscreen. Das ist halt bloß so ne komische Schreine. Die sind jetzt nix weltbewegendes. Zieht eure Klingen! Ja. 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 Fünf. Ja, das wird jetzt auch wieder ein großes Lager sein, denke ich. Ja. 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 Quang für. Ja, das wird in der Karte��라고요. Ja! 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 Ah! Ah! Tasha! Wershul, Tasha! 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 Ah! Werden Sie, meine Bekären... Aber wir können nicht mehr was. Aber wir können nicht mehr was. Okay, gehen wir mal runter. Okay. 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 Das ist die nicht. Oben. Okay. Gehen wir weiter. 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 ich bin der blöde boss ist zeigt mir was ihr könnt jetzt ja klar sein scheiß ok ein banner führt uns noch jetzt würde die mehr zerstören dann würde ich schätze mal der boss kommen boss-type es wäre jetzt geil gewesen wenn ich die geister im lager gehabt hätte noch werden wir so auch schaffen hoffe ich ja 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 Okay. Läuft. Neue Technik verfügbar. Ah, okay. Dies haben wir gelernt. Dies haben wir auch gelernt. Jetzt können wir nämlich hier unten weitermachen. Wir haben jetzt 5 Punkte aktuell. Das heißt, wir könnten hier komplett fertig skillen. Machen wir. Genau. Dann. Hier sind wir fertig. Und da fehlt uns aktuell noch. Fehlen jetzt noch 4 Punkte. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit der Mongolenrüstung. Ich bin echt gespannt. Vielleicht können wir uns da irgendwie einschleichen dann, wenn wir die anhaben. Aber das sehen wir in der nächsten Folge dann. Gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder Abo da. Alles gern gesehen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi. Wir kommen auf. Dann bis zum nächsten Mal. Stephan, drei, drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017